Die Tonspuren am Asitz in Leogang gehen in diesem Sommer in die dritte Auflage und garantieren mit engagierten Gruppen für Musikgenuss auf höchstem Niveau. Am Donnerstag, dem 1. Juli 2010 um 19.30 Uhr findet am Speichersee des Asitz das Konzert Popvox statt. Der anerkannte Pop-Professor Mannihauser vom Konservatorium Graz wird Sie mit dem besten Popchor Europas und einer mitreisenden Bühnenshow begeistern. Spannend, einmalig, experimentell und traditionell. Am 1. Juli um 19.30 Uhr bei den Tonspuren 1 am Asitz in Leogang wird eine enorme musikalische Bandbreite in vielfältigster Form präsentiert.